Für all diejenigen, die sich nicht fragen, was sie tun werden, wenn sie erwachsen sind. Weil sie es bereits wissen. Für diejenigen, die wirklich daran glauben, aber warum bei der ersten Idee aufhören, die einem in den Sinn kommt. Für diejenigen, die nicht hören wollen, was sie in ihrem Leben tun sollen, denn das Leben wird sich selbst darum kümmern. Für diejenigen, die nicht wissen, was aus ihnen wird, auch wenn die Zeichen dafür schon vorhanden sind. Und für all diejenigen, die nie aufhören zu suchen, denn die Sehnsucht ist eine Flamme, die nicht gelöscht werden kann. Wir arbeiten für alle von ihnen, weil wir daran glauben, dass Arbeit ein Weg ist, sich in unserem Leben erfüllt zu fühlen. Wir sind die GI Group.